Daniel Grasmick Daniel Grasmick, 27 Jahre alt, Badminton-Trainer und Badminton-Spieler, Badminton-Trainer bei Badminton Mödling und im Jugendnationalteam. Badminton seit sehr langer Zeit, ich glaube 1997, dazugekommen über einen Gurki. Disziplinen hauptsächlich Herren-Einzel, aber auch Herren-Doppel. Nikolaj Dönnesen in Wien, manchmal in der Südstadt. Normalerweise zweimal pro Tag. Finale bei den Slowenien International Series. Qualifikation für die WM zählt auch dazu. Gehey! 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 Ja, ja, ja. Die He detto